Herzlich willkommen am Mölltaler Gletscher. Ich habe gerade ungefähr fünf Stunden Autofahren hinter mir und bin jetzt unten an der Talstation angelangt. Das ist am Ende der Tafel nicht mehr ganz ersichtlich. Ich werde jetzt dann in die Seilbahn einsteigen und dann hier mit dem Gletscherexpress bis zur Mittelstation fahren. Da werde ich dann umsteigen in eine Gondelbahn und mit der Gondelbahn bis da wo ihr seht 2800 Panorama fahren. Dort ist dann auch meine Unterkunft und ich freue mich wahnsinnig. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten paar Tage und wir sehen uns dann oben wieder. Bis zum nächsten Mal.